Zwei Holztische stehen in einem recht unspektakulären Raum. Vergleicht man die beiden Möbelstücke, scheinen sie unterschiedlich groß zu sein. Der linke der beiden Tische würde auf den ersten Blick beispielsweise leichter durch eine schmale Tür passen. Versetzt man aber nun die linke Tischplatte auf den rechten Tisch, lässt sich Erstaunliches erkennen. Die Tischplatte passt auf beide Tische, Form und Größe sind identisch. Die Tischflächen sind völlig deckungsgleich, wie dieses nachgebildete Muster beweist. Der Trick dieser optischen Täuschung entsteht durch die Vermischung der zweidimensionalen Ansicht hier auf dem Bildschirm und der dreidimensionalen Wirklichkeit. Unsere Umwelt ist räumlich, deren Abbild auf der Netzhaut im Auge erscheint jedoch flach. Die dritte Dimension muss unser Gehirn somit rekonstruieren und dabei schleichen sich Fehler ein, wie die Scheppertische anschaulich demonstrieren. In der Wirklichkeit ist nämlich ein Tisch immer ein Rechteck und nicht wie bei der optischen Täuschung ein Parallelogramm. Unser Gehirn sieht aber etwas Tischähnliches und konstruiert aus der Erfahrung heraus einen gewöhnlichen Tisch. Es kompensiert somit die eigentliche Verzerrung der Tische. Untertitelung des ZDF, 2020